Die Headlines des Tages. Alexej Nawalny ist tot, Harrison Zelensky bei Sicherheitskonferenz in München und Akademikaball sorgt für Platzverbot und Demos. Russlands prominentester Häftling ist tot, meldet die Gefängnisverwaltung. Der russische Oppositionelle Alexej Nawalny soll nach einem Spaziergang zusammengebrochen sein. Wiederbelebungsmaßnahmen blieben ohne Erfolg, so die Gefängnisverwaltung. Die Notärzte hätten nur noch den Tod des Häftlings feststellen können. Kritiker sprechen von einem Mord auf Raten. 2020 war ein lebensgefährlicher Giftanschlag auf ihn verübt worden. Nawalny überlebte nur knapp und ging ins europäische Exil. Der Anschlag wurde immer russischen Geheimdienstkreisen zugeschrieben. Dennoch kehrte Nawalny 2021 zurück nach Moskau, wo er sofort verhaftet und wegen Extremismus verurteilt wurde. Seine politische Bewegung wurde verboten, enge Mitarbeiter wurden inhaftiert oder flohen ins Ausland. Zuletzt war Alexej Nawalny verschollen, niemand konnte Kontakt zu ihm herstellen, da er von einem Straflager in ein anderes im Norden Sibiriens überstellt wurde. Am Freitag nun die Todesmeldung aus der Gefängnisverwaltung. Die politische Weltelite trifft sich ab heute zur 60. Sicherheitskonferenz in München, die UNO-Generalsekretär Antonio Guterres eröffnen wird. 800 Teilnehmer werden erwartet und obwohl beide gar nicht dabei sind, dreht sich doch alles um sie, Wladimir Putin und Donald Trump. Seit der ehemalige US-Präsident die Sicherheitsarchitektur der NATO infrage gestellt hat, herrscht Unruhe. Themen im Bayerischen Hof sind die Stabilität der NATO, die Verteidigungsausgaben der einzelnen Mitgliedstaaten und die Frage nach einer eigenständigen europäischen Sicherheitspolitik. Am Freitag wird US-Vizepräsidentin Kamala Harris erwartet. Am Samstag der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky, der dringender denn je um Unterstützung für sein Land werben wird. Aus Österreich reisen Außenminister Alexander Schallenberg, Europaministerin Karoline Edstadler und Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka sowie Justizministerin Alma Sadic an. Nicht vertreten sein werden Russland und der Iran. Laut Konferenzleiter Christoph Heusgen gibt es für konstruktive Gespräche mit beiden Regierungen derzeit keine Basis. Freitagabend findet in der Wiener Hofburg der freiheitliche Akademikerball statt. Auch dieses Jahr wird der Ball wieder von Protesten begleitet. Kritiker sehen die Veranstaltung als internationales Vernetzungstreffen rechtsextremer. Hochrangige Gäste aus der FPÖ werden erwartet. Parteichef Herbert Kickl nimmt aber wie üblich nicht teil. Auch EU-Spitzenkandidat Harald Wilimsky bleibt trotz Superwahljahr 2024 der Hofburg fern. Gerechnet wird wie jedes Jahr mit dem dritten Nationalratspräsidenten und Ex-FPÖ-Chef Norbert Hofer. Rund um die Hofburg gilt ab 17 Uhr eine Platzsperre. Laut Polizei wurden rund um den Burschenschaft der Ball fünf Kundgebungen angemeldet. Die Offensive gegen rechts hat wieder zu einem Demonstrationszug durch die Innenstadt aufgerufen. Die Polizei steht mit rund 900 Beamten im Einsatz. Weitere News lesen Sie 24 Stunden online auf kurier.at.